Ja, schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Mein Name ist Jan van Aken und ihr wisst, wofür ich stehe. Die Linke ist die Partei des Friedens und wenn es nach mir geht, dann bleibt das auch so. Kurz zu meiner Person, ich bin gelernter Botaniker. Ich habe mal geforscht über das Liebesleben von Pflanzen und über Radieschen im Weltall, aber das ist lange her. Seit sieben Jahren arbeite ich jetzt im Bundestag gegen die Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Und was hat die sich militarisiert in den letzten Jahren? Praktisch jedes Jahr aufs Neue werden niegelnagelneue Auslandsansätze im Bundestag beschlossen. Die Bundeswehr wird aufgerüstet, die Zeichen gegenüber Russland stehen auf Konfrontation. Und der SPD-Vorsitzende? Der SPD-Vorsitzende ist Europameister der Waffenexporte. Das muss man erstmal schaffen, 2013 Wahlkampf gegen Waffenexporte zu machen und dann in nur einem Jahr die Genehmigung für Waffenexporte zu verdoppeln. Ehrlich? Ganz ehrlich, bei uns im Büro reden wir im Moment nur noch vom militärisch-sozialdemokratischen Komplex. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, deswegen brauchen wir eine starke Linke, die für den Frieden kämpft und zwar ohne Wenn und Aber. Beim Frieden darf es keine Kompromisse geben. Noch ein Wort zu Russland. Ich denke, das müsste mittlerweile allen Menschen klar sein. Frieden in Europa kann es niemals gegen Russland, sondern nur mit Russland geben. Und das sage ich völlig unabhängig davon, wie man im Moment auch die russische Außenpolitik bewertet. Auch da habe ich viel Kritik. Aber der Konfrontationskurs der NATO, der ist im Moment lebensgefährlich. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die überhaupt gar nichts aus dem Kalten Krieg gelernt haben. Wie gesagt, auch in anderen Regionen der Welt stehen die Zeichen auf Krieg. Und umso mehr müssen wir, muss die Linke, als starke Friedenspartei weiterarbeiten. Viele von euch wissen es vielleicht. Ich werde im nächsten Jahr nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Ich finde, acht Jahre sind genug. Ich finde übrigens, das muss für alle gelten, aber das ist eine ganz andere Debatte. Ich möchte aber auch nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag in der Partei, mit der Partei, an der Friedenspolitik der Partei mitwirken. Und deswegen kandidiere ich hier und heute für den Parteivorstand. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte. Und das sage ich euch, das sage ich euch, das werden wir gewinnen. Ich bin da zutiefst von überzeugt. Die ganz große Mehrheit der Menschen hier in Deutschland, die ist gegen Waffenexporte. Und wenn wir mit Saft und Kraft dagegen arbeiten, dann werden wir das gewinnen. Und da möchte ich dann mit dabei sein. Ich danke euch. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss gestehen, ich habe selten zuvor erlebt, dass so viele Menschen das Gefühl haben, dass die Welt regelrecht aus dem Fugen zu geraten scheint. Doch anstatt diesem Menschen ihre Ängste und Sorgen zu nehmen, indem man ihnen zumindest etwas Orientierung bietet, betreibt die Chaotentruppe dieser Bundesregierung genau das Gegenteil. Und die ursprüngliche Willkommenskultur, Genossinnen und Genossen, sie weicht mehr und mehr einer vergifteten gesellschaftlichen Stimmung. Diese Stimmung, sie speist sich zum einen aus Zukunfts- und Abstiegsängsten der einen und aus der puren sozialen Not der anderen, die sich schon längst nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Sie ist aber auch, und das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, das wir im Moment haben, dass diese Stimmung befeuert wird durch Chaoten in dieser Bundesregierung, wie ein Seehofer, der eine rassistisch geladene Debatte führt, in dem er sich als Oppositionsführer aufspielt, obwohl er in der Regierung ist, oder durch einen inkompetenten Innenminister, der meint, er müsse öffentlich darüber schwadronieren, wie es sein kann, dass Geflüchtete sich ein Taxi leisten können. Das, liebe Genossinnen und Genossen, sind die rhetorischen Brandstifter dieser Bundesregierung. Und sie sind es, die dazu beitragen, dass in diesem Lande chauvinistische und rassistische Parteien Auftriebe halten. Und diese Politik, die sie betreiben, ist eine Politik der Spaltung, und sie ist nicht Neugenossinnen und Genossen, sondern ein erprobtes Mittel der Regierenden in Krisenzeiten. Damit versuchen sie abzulenken von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen, wie der wachsenden Armut für die Mehrheit und dem steigenden Reichtum weniger. Es sind aber, und auch darin liegt unsere Aufgabe, Genossinnen und Genossen immer wieder klarzumachen, weder Erwerbslose noch Geflüchtete, die einer gerechten Gesellschaft im Wege stehen. Es ist die neoliberale Politik der Regierenden selbst, die sich doch schon längst im Diktat von Banken und Konzernen untergeordnet haben und seit Jahrzehnten eine Politik gegen die Interessen der Mehrheit in diesem Lande betreiben. Darin liegt das Problem, Genossinnen und Genossen, und das müssen wir deutlich machen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich kandidiere erneut für den Parteivorstand, weil ich meine bisherige Arbeit insbesondere im migrationspolitischen und antirassistischen Bereich gerne fortsetzen würde. Ich möchte aber auch dafür werben und streiten, dass wir im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl einen eigenständigen Kurs einschlagen. Ich glaube, in diesen Zeiten bedarf es keiner Partei, die der Illusion anheimfällt, dass mit dieser SPD und diesen Grünen ein Lager, linkes Lager möglich ist. Und es braucht weder eine Partei, die im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl glaubt, sie könne sich in der Flüchtlingspolitik in irgendeiner Form in Mithaftung für die desaströse Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nehmen lassen. Was es braucht, ist eine Partei, die konsequent die soziale Frage in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt und die sich dadurch unterscheidet, nicht nur, dass die Adresse des sozialen Protestes sein will, sondern endlich auch wieder als sozialistische Partei erkennbar, erlebbar ist in diesem Wahlkampf, Genossinnen und Genossen. Auch das ist ein Alleinstellungsmarkmal von uns. Und deshalb, lasst uns mehr über Sozialismus reden. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, gestern hat Bernd Rixinger gesagt, von diesem Parteitag müsse ein Aufbruch ausgehen. Und in der Tat, wir haben einen Aufbruch der Linken notwendig in einer Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Rechte auf dem Vormarsch ist und dass die Rechte jetzt die soziale Frage besetzen möchte, sie nationalistisch, rassistisch wendet und aus dem Gegensatz von unten und oben einen Gegensatz von drinnen und draußen machen möchte. Genossinnen und Genossen, das ist genau das Gegenteil von dem, wie wir die soziale Frage anfassen. Für uns, für die Linke, ist die soziale Frage eine Klassenfrage. Für uns, die Linke, ist die soziale Frage eine Frage, die zusammenhängt mit den Widersprüchen der kapitalistischen Entwicklung. Und deswegen brauchen wir einen grundlegenden Politikwechsel, der an diesen Widersprüchen ansetzt und dafür Lösungen bietet. Und dies bedeutet, Genossinnen und Genossen, dass wir eine grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft brauchen, die auch die wirtschaftlichen Verhältnisse umfasst. Ich glaube, dass das ein zentraler Punkt für uns ist. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir das stärker wieder auch in den Vordergrund unserer Politik stellen. Ich plädiere nachdrücklich für eine Demokratisierung der Wirtschaft. Denn ohne Demokratisierung der Wirtschaft wird es keine Lösung der sozialen Probleme, wird es keinen sozialen Fortschritt geben und wird es auch keine wirkliche Demokratie geben. Einen grundlegenden Politikwechsel brauchen wir auch im Hinblick auf Europa. Denn das, was wir dort an Politik erleben, neoliberale Austeritätspolitik, bedeutet nicht nur soziales Elend, wie wir das in Griechenland und in anderen Ländern sehen, bedeutet nicht nur, dass dies ökonomisch vollkommen kontraproduktiv ist, sondern diese Politik befördert auch Nationalismus und Rassismus in Europa und befördert den Vormarsch der Rechten. Und dagegen steht die Linke. Und deswegen müssen wir nicht nur die deutsche Linke, sondern auch die europäische Linke stark machen. Wir brauchen ein anderes Europa. Wir müssen Europa neu begründen, von unten. Dazu brauchen wir eine breite Debatte. Dazu brauchen wir aber auch konkrete Aktionen. Ich meine TTIP beispielsweise, der Kampf gegen CETA, aber auch die Solidarität mit dem rebellischen Frankreich zurzeit, wo wir viele Streikende und Protestierende haben. Das ist unser gemeinsamer Kampf, Genossinnen und Genossen. Und ich stehe dafür, dass dieser Kampf verstärkt wird. Ich stehe dafür, dass wir eine internationalistische Partei sind. Und deswegen bitte ich euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns auf diesem Parteitag intensiv mit dem Rechtsdruck in unserem Land beschäftigt und wir diskutierten, dass wir als Linke mit unserem programmatischen Kern der sozialen Gerechtigkeit und dem Einsatz für Frieden eine besonders wichtige Aufgabe im antifaschistischen Kampf haben. Es liegt an uns, der Demagogie der AfD, unsere solidarischen Alternativen entgegenzuhalten. Soziale Ängste und Unsicherheiten dürfen sich nicht gegen die ökonomisch Schwächsten richten, nicht gegen die Flüchtenden und nicht gegen die Migrantinnen und Migranten. Wir müssen die wahren Verursacher der sozialen Misere, die Wirtschaftseliten, die Banken und Superreichen sowie die ihnen hörige Politik politisch in die Mangel nehmen und als Mitverantwortliche entlarven. Ich kandidiere erneut für den Parteivorstand, weil ich davon überzeugt bin, dass die Gesundheits- und Pflegepolitik in unserem solidarischen Politikansatz eine wichtige, eine strategische Rolle einnehmen muss. Sie betrifft nämlich alle. Und wir alle bekommen mit, dass eine gute Gesundheitsversorgung und eine gute Pflege im Alter heute immer mehr vom eigenen Geldbeutel abhängen. Der Privatisierungs- und Profitwahn der letzten Jahre hat gnadenlos zugeschlagen. Wir haben es teilweise mit unwürdigen bis katastrophalen Bedingungen in vielen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu tun. Wir hören nahezu täglich vom Pflegenotstand und von miserablen Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte. Und was macht die herrschende Politik? Sie pfeift auf die Beschäftigten, die Pflegebedürftigen und die Patientinnen und Patienten in diesem Land. Und damit muss Schluss sein, liebe Genossinnen und Genossen. Wir als Linke müssen klar und unmissverständlich sagen, wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen. Und dazu gehört, die Kranken- und Pflegebedürftigen in diesem Land anständig zu versorgen. Gesundheit und ein Altern in Würde sind Menschenrechte ohne Abstriche und ohne Finanzierungsvorbehalte. Wir brauchen Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich, die nicht krank machen. Hier wäre eine bundeseinheitliche gesetzliche Personalbemessung und die Einführung einer Bürgerinnen- und Bürgerversicherung wichtige Schritte. Denn wir sind nicht nur die Partei der Pflegegerechtigkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind auch die Partei, die konsequent an der Seite der Beschäftigten in diesem Land stehen. In diesem Sinne will ich meine Arbeit im Parteivorstand fortsetzen und dafür kämpfen, dass wir mit einem klaren Profil und klaren Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich und eine gute Pflege für alle im Bundestagswahlkampf sichtbar sind. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und werbe um eure Unterstützung. Liebe Genossinnen und Genossinnen, ich bin der gewählte Kandidat des Studierendenverbandes und mag kandidieren, aber nicht besonders, weil man immer erzählen muss, was man für ein toller Hecht ist. Deswegen hake ich das jetzt hier mal ganz schnell ab. Ich bin wirklich brauchbarer Bundesgeschäftsführer des Studierendenverbandes. Ich kenne mich sehr gut aus mit Hochschulpolitik. Ich war die letzten Jahre Kreisvorsitzender an Marburg, die bei den letzten Wahlen im März ihr Stimmenergebnis verdoppeln konnten von 7 auf 14 Prozent, was ein kleiner Hoffnungsschimmer war angesichts vieler schlimmer Wahlergebnisse bundesweit. Viele von euch wussten das sicherlich nicht und hätten mich gewählt, weil ich der Kandidat des Studierendenverbandes bin und weil ich jung bin. Ich meine aber, jung sein ist kein Vorzug an sich. Wer mich bis jetzt deswegen trotzdem wählen wollte, kann es gerne weiter tun. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir in meinem jungen Kreisverband Marburg durchschnittsalter 37 die vielen Neumitglieder auch nicht richtig einbinden konnten, ausbilden und mit ihnen gemeinsam Politik zu machen. Das ist aber nicht nur ein Marburger Phänomen, das ist ein bundesweites Phänomen. Seit dem Göttinger Parteitag, also vor vier Jahren, haben sich 30 Prozent unserer Mitgliedschaft ausgetauscht. 30 Prozent. Wir jammern immer darüber, dass wir als Partei schrumpfen. Aber diese Zahl zeigt doch, dass das kein Sachzwang ist. Und das ist der Grund, warum ich von der Partei wieder mein Hauptengagement auf den Studierendenverband gelegt habe, weil wir gerade in den Kreisverbänden, aber auch an den Hochschulen sehen, dass sich da eine ganze Generation wieder politisiert. Bei vielen nicht so, wie wir es gerne haben wollen. Aber auch bei vielen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie die Schulden nach ihrem Studium abbezahlen, wie sie später arbeiten werden und die sich darum Gedanken machen, was passiert, wenn sie krank werden, angesichts der ganzen Gräuelberichte aus den Krankenhäusern. Und ich selbst müsste mir eigentlich auch darüber Gedanken machen, statt Politik, lieber fünf Kinder zu machen, weil ich nicht weiß, ob ich noch eine Rente bekomme. So, ein Großteil dieser neuen politischen Generation hat Angst und Sorge vor dem Aufstieg der Rechten. Viele sind unzufrieden mit der Demokratie und es gibt einen weit verbreiteten, diffusen Antikapitalismus. Ich meine, dass sich diese Entwicklung zuspitzen wird, weil die Herrschenden keine Lösungen für die Fragen der Zeit haben. Wir erleben, dass es zunehmend Kriegseinsätze gibt. Die Ressourcenverteilung innerhalb der Länder und zwischen den Ländern ist katastrophal und wir werden Zeuge eines massiven Klassenkampfes von oben. Und in dieser Zeit interessieren sich viele junge Menschen wieder für die Linke. Die interessieren die ganzen ollen Kamellen aus dem Kalten Krieg nicht. Sie interessieren sich für uns, weil wir ihre Fragen, ihre Themen ansprechen und weil sie mit uns aktiv werden wollen. Und ich meine, dass wir diese jungen Menschen unbedingt einbinden müssen. Das lohnt sich, das ist scheiß viel Arbeit, das weiß ich, aber wir müssen diese Menschen einbinden. Und das ist jetzt, und das ist gerade jetzt so wichtig, weil die nächsten Jahrzehnte eine sehr, sehr unsichere Zeit werden. Und ich meine, wenn wir sie einbinden wollen, müssen wir kämpferischer werden, beteiligungsorientierter und auch mehr, nicht nur Sachen fordern, sondern gemeinsam mit den Menschen kämpfen. Und dafür will ich mich im Parteivorstand einsetzen und bitte euch um euer Votum. Danke schön, Janis. Hallo zusammen. Meine Stimme ist immer noch sehr saft- und kraftlos. Der Arzt sagt, ich darf nicht schreien und ich darf nicht singen. Am allerwenigsten kriege johannische Chöre. Und ich muss mich daran halten. Ich vermute mal, liebe Genossinnen und Genossen, ihr seid nicht sehr daran interessiert, die 150. Ausführung darüber zu hören, warum der Neoliberalismus scheiße und die AfD noch viel scheißiger ist. Ich habe gestern ungefähr 150 Mal gehört, warum denn meine Stimme verloren gegangen ist. Offensichtlich interessiert euch das viel mehr. Ich will euch deswegen die Antwort darauf geben und ihr werdet sehen, das hat viel mehr mit antikapitalistischer Kritik zu tun, als ihr euch das auf den ersten Blick vorstellen könnt. Ich bin seit 30 Jahren Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender, seit fast 30 Jahren, in einem mittelständischen Industriebetrieb. Dieser Industriebetrieb ist jetzt pleite gegangen und er wurde vor einem anderen mittelständischen Industriebetrieb aufgekauft. Das ist Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus. Und als eine der Bedingungen des Kaufes hat der neue Erwerber gesagt, er möchte verhindern, dass sein Betrieb betriebsratsinfiziert wird und er verlangt die rechtskräftige Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden, bevor er den Kauf vollzieht. Auch das ist Kapitalismus. Das ist Marktwirtschaft. Und das ist kurios. Und ein Rechtsbruch oben hin. Und wenn ich dann aber aus meiner Partei höre, von ganz oben und von unten wahrscheinlich doch auch noch, dass wir uns auf den deutschen Mittelstand zu orientieren haben, dass das ein Bündnispartner für uns ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich außerordentlich irritiert bin. Dass ich außerordentlich irritiert bin. Der deutsche Mittelstand, der deutsche Mittelstand ist politisch erzreaktionär und gewerkschaftsfeindlich und der ist ökonomisch brutaler als alles andere, was ihr euch an Kapitalismus vorstellen könnt. Und liebe Leute, liebe Leute, und liebe Leute, der Betrieb, der Betrieb, wo ich arbeite, der Essen-Kölner Arbeiterviertel, da saugen die Kolleginnen und Kollegen seit Jahren den Sozialdemokratismus mit der Muttermilch auf. Und seit zehn Jahren, seit zehn Jahren ist damit erfreulicherweise Schluss und sie wenden sich ab und sie wählen diese Partei nicht mehr. Und wenn ich dann von ganz oben von der Partei immer wieder und auch von unten wahrscheinlich genauso lese und höre, wir müssen uns der Sozialdemokratie wieder zuwenden, sie wäre ein Bündnispartner, dann ist das genauso grotesk. Liebe Leute, liebe Leute, meine Zeit, meine Zeit geht zu Ende. Ich habe nur eine Bitte. Ich habe nur eine Bitte. Ich habe es vielen Einzelfeuchern persönlich gesagt. Wenn jemand das Bedürfnis hat, mir eine Lobrede halten zu müssen, bitte unterlasst es. Ich finde, die so Lobreden ist der kulturelle Tiefpunkt unserer Parteitage. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Wenn ihr eine Rede halten wollt, warum ich nicht gewählt werden soll, dann haltet diese Rede. Aber bitte keine Lobhudelei. Ich danke euch. Dankeschön, Thies. Liebe Genossinnen und Genossen, Genosse Dietmar Bartsch hat vorhin gesprochen von nötigem Internationalismus in unserer Partei. Ich begrüße das sehr und ich stehe für Internationalismus. Ich wünsche mir, dass unsere Partei internationalistischer ist. Aber ich wünsche mir auch noch viel mehr, dass die Gewerkschaften in Deutschland internationalistischer sind. Denn mit ihnen müssen wir die wichtigsten Kämpfe gegen TTIP führen. Deshalb kann unsere Partei auch einen Beitrag für Internationalismus innerhalb der Gewerkschaften leisten. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will damit sehr persönlich beginnen. Mein persönliches Schicksal prägte mich als Internationalist. Kind jüdischer Flüchtlinge bin ich in Lateinamerika aufgewachsen und später nach Israel emigriert. Deshalb auch meine Solidarität mit allen Menschen, die auf der Flucht sind und in Not sind. Wir müssen dieses Recht verteidigen. Mein Herz schlägt für Lateinamerika und allen Ländern der sogenannten unterentwickelten Welt, die immer noch um eine authentische Unabhängigkeit kämpfen, frei von imperialer Dominanz. Ich versolidarisiere mich mit den Verdammten dieser Erde. Und das ist eine Aufgabe der Linken im reichen Norden. Gestern haben wir zu Recht unsere Solidarität mit den Streikenden in Frankreich bekundet. Ich will über die Situation in Lateinamerika reden. Wir müssen uns große Sorgen darüber machen, was in Lateinamerika gegenwärtig geschieht. In Brasilien hat ein parlamentarisch kaschierter Staatsstreich stattgefunden. Das ist die moderne Variante von Staatsstreichen. In Honduras nahm diese Praxis ihren Anfang. Jetzt ist die linke Regierung in Venezuela im Bedrängnis, von innen und von außen. Anfang der 2000er haben wir alle begeistert von den Impulsen, die von der linken Lateinamerika ausgingen. Der Sozialismus im 21. Jahrhundert wurde viel diskutiert. Damals waren wir alle euphorisch solidarisch. Aber jetzt, wo besonders Solidarität es darauf ankommt, sind wir zögerlich und üben nicht die nötige Solidarität aus. Die Linke in Lateinamerika benötigt jetzt unsere Solidarität. Es reicht nicht. Ich bin Kandidat von KubaSea und bin Vorsitzender des Netzwerkes für die Kuba-Solidarität. Die umfasst 43 Organisationen, kirchliche, gewerkschaftliche, dritte Weltläden und politische. Wir arbeiten im Breitenbündnis. Diese Erfahrung will ich einbringen. Ich bin auch Mitarbeiter bei Wolfgang Gerke. Mit ihm habe ich zusammen Palästina besucht und jüngst in Genf auch den Sonderbeauftragten für Syrien, der Mistura. Und ich sage eins, Frieden ohne Russland ist kein Frieden in Europa. Danke schön, Harry. Liebe Genossinnen und Genossen, ich durfte gestern bereits zu euch sprechen. Und ich habe gestern darüber gesprochen, was uns als Partei von den anderen unterscheidet und zukünftig unterscheiden sollte. Und dazu gehört ein Wort ganz nach vorne, und zwar Ehrlichkeit. Links sein bedeutet sagen, was ist. Und dazu gehört eine Ehrlichkeit zu sagen, was sind die Missstände in dieser Gesellschaft, die wir deutlich machen, aber eben auch, was sind die Probleme, die es bei uns gibt. Und deshalb gehört es auch dazu, zu dieser Ehrlichkeit, aus Niederlagen eben keine Nicht-Niederlagen zu machen. Und es gibt eine Debatte bei uns in der Partei, ob wir nun einfach wieder jetzt mehr Protestpartei sein sollen oder nicht. Ich glaube, dass diese Frage falsch gestellt ist. Ja, ich glaube, wir müssen wieder weiter zuspitzen. Ja, wir müssen frecher werden. Aber wir müssen dabei aufpassen, dass wir nicht allzu platt daherkommen und an den Menschen dieser Republik vorbeidiskutieren. Wir müssen mit ihnen kommunizieren. Wir müssen so kommunizieren, dass sie uns verstehen. Wir müssen auf die Widersprüche aufmerksam machen, die Widersprüche zwischen oben und unten. Dietmar hat es vorhin deutlich gemacht. Noch nie waren in dieser Republik so viele Kinder arm wie zu heutiger Zeit. Das ist ein gesellschaftlicher Skandal. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, finde ich, dass es an der Zeit ist, einen Fünfjahresplan durchzusetzen zur Beseitigung der Kinderarmut in diesem Land. Das sollte doch drin sein, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, und wenn wir über Niederlagen reden, dann müssten wir das ehrlich machen und dann müssen wir es nach vorne auflösen. Da haben wir einen gewissen Nachholebedarf. Da hat auch der Parteivorstand einen Nachholebedarf und eben eine besondere Verantwortung. Aber wir sollten eben auch nach Niederlagen wieder aufstehen. Und gerade ich weiß, was das bedeutet und deshalb stehe ich heute hier auf dieser Bühne. Und zu diesem Aufstehen gehört eben auch über Erfolge zu reden und auch Erfolge zu organisieren. Und dabei hilft manchmal auch der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, auch zu unseren Genossen in Europa. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie ist es eigentlich möglich, dass Podemos so erfolgreich ist, so eine partizipative Organisation ist. Wie ist es möglich, dass ein Jeremy Corbyn in der Lage ist, 200.000 vor allem junge Leute und Gewerkschafterinnen zurück in die Labour-Partei zu holen und diese nach links zu verschieben. Und was können wir eigentlich daraus lernen? Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten uns es nicht so einfach machen. Es geht nicht einfach nur, dass wir uns etwas abgucken und hier einfach bei uns integrieren. Nein, wir müssen eine Übersetzungsleistung liefern, was bei uns hier funktionieren kann, wie wir erfolgreich nach vorne kommen können und wie wir etwas lernen können. Auch von einem 76-jährigen Robin Hood aus Vermont. Bernie, du machst das gut und wir machen es besser. Deshalb würde ich gerne daran mitarbeiten. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben auf dem Parteitag oft gehört, zu Recht gehört, dass die AfD neoliberal und rassistisch ist und das ist auch richtig. Aber auf uns kommt auch ein Problem zu. Die AfD wird uns versuchen, in wichtigen Themenfeldern anzugreifen und da dürfen wir nicht zurückweichen. Ich denke hier an das Beispiel der direkten Demokratie, was sie versuchen zu besetzen. Da dürfen wir nicht zurückweichen. Ich denke an das Beispiel TTIP und CETA. Auch das versuchen sie zu besetzen. Und ich denke zum Beispiel auch an das Verhältnis zu Russland, für eine Entspannungspolitik mit Russland. Hier dürfen wir nicht zurückweichen. Wir sind die Partei, die dafür eintritt. Der italienische Philosoph Antonio Gramsci hat einmal gesagt, das populäre Element fühlt, aber begreift nicht und weiß auch nicht. Das intellektuelle Element weiß, aber es begreift nicht und vor allen Dingen fühlt es nicht. Wir müssen es schaffen, einen empathischen, aufklärerischen, linken Populismus zu entwickeln. Eine Popularität, wie sie Bernie Sanders zum Beispiel gegenwärtig in den USA vormacht. Ich glaube, das wird eine ganz zentrale Aufgabe für die kommende, vor allen Dingen für das Superwahljahr 2017. Wenn in Österreich der Rechtspopulist Hofer sich hinstellt und sagt, ich bin der Präsident aller Österreicher und nicht nur der Schickerier wie von der Bellen, dann läuft etwas grundfalsch. Wir müssen diejenigen sein, die an den Gefühlen und an den Interessen der Mehrheit ansetzen und auch so wahrgenommen werden. Ich bin europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Europarat. Mir ist ganz wichtig in meiner Arbeit, dass wir es schaffen, eine kohärente linke Politik in Europa der verschiedenen Linksparteien hinzubekommen. Und wenn ich sage, in Europa, meine ich nicht nur die EU, sondern ich meine auch ein Europa mit Russland, mit der Ukraine oder mit der Türkei. Daran würde ich gerne im Parteivorstand weiterarbeiten und bitte euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Am 17. September werden in sieben Städten erneut Hunderttausende gegen TTIP und Co. demonstrieren. Ich finde, es ist super wichtig, dass wir als Linke da massiv präsent sind und zeigen, wir als Linke sind die einzige Partei, die wirklich konsequent gegen TTIP, CETA und TISA steht. Verdi und andere Gewerkschaften werden auch da sein. Ich arbeite bei Verdi im Bereich Wirtschaftspolitik. Ich bin da engagiert in gewerkschaftlichen Diskussionen um Zukunft der Arbeit und Digitalisierung, um Umverteilen, um soziale Sicherung und auch im TTIP-Bündnis. Ich habe mitgeschrieben am Grundsatzprogramm der Partei Die Linke in der Redaktionskommission. Ich hatte meinen Anteil an der Gründung der WHSG und damit ein Stück weit an der Bildung der Linken. Ich habe Erfahrungen in der Bildungsarbeit und bin da auch aktiv in der Reihe Die Linke 1 in der Partei, und zwar politische Ökonomie auf marxistischer Basis, versteht sich. Meine Kandidatur wird unterstützt von den Bundesarbeitsgemeinschaften Betrieb und Gewerkschaft und Sozialistische Linke. Genossinnen und Genossen, im Herbst starten die Gewerkschaften eine große Kampagne zur Rente. Das wird auch ein heißes Wahlkampfthema werden. Genossinnen und Genossen, ein großer Teil der künftigen älteren Generation, dem droht Altersarmut. Das ist unerträglich, Genossinnen und Genossen. Wir müssen diese Kampagne nutzen, auch als Partei, weil wir sind die Partei, die gegen Altersarmut steht, die gegen diesen Riester-Unflug steht und die für die Sicherung des Lebensstandards im Alter steht. Die Neoliberalen wollen uns weismachen, es gäbe da einen Generationenkonflikt. Das ist Quatsch. Es gibt keinen Generationenkonflikt bei der Rente. Es gibt auch nicht den Konflikt zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Es gibt in dieser Gesellschaft einen Grundkonflikt und das ist der zwischen Lohnarbeit und Kapital, zwischen oben und unten. Und wir, die Linke, sind dabei die Partei, die konsequent für die sozialen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung eintritt. Und wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich größere Teile der Lohnabhängigen und der sozial Benachteiligten nach rechts wenden. Wir müssen um die Menschen kämpfen, wir müssen mit ihnen zusammen kämpfen, um sie dabei eben auch nach links zu orientieren. Ähnlich wie in der Tat Sanders das in den USA macht, mit klaren Botschaften gegen die da oben. Soziale Gerechtigkeit, Genossinnen und Genossen, ist das zentrale Thema für die meisten Leute, auch bei der Wahl. Und wir sind da die wirklich die einzige Alternative in diesem Land für eine soziale, humane, friedliche Politik. Ich bin dafür, dass Kontroversen innerhalb der Partei argumentativ ausgetragen werden und nicht mit Diffamierungen oder noch schlimmeren Methoden. Ich finde, wir sind gut aufgestellt mit Bernd und Katja als Vorsitzende und mit Dietmar und Sarah als Fraktionsvorsitzende. Und statt die Gegeneinander auszuspielen, sollten wir wirklich versuchen, gemeinsam für die Stärkung der Linken zu kämpfen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bitte um eure Stimme. Als Nächster ist Klaus Lederer dran. Klaus, es kann heute nicht anwesend sein. Das übernimmt Katina Schubert, für Klaus sich vorzustellen. Könnt ihr mich ein bisschen runterbiegen? Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin nicht Klaus, ich bin Katina, die Landesgeschäftsführerin des Landesverbandes Berlin. Klaus ist heute beim 90. Geburtstag seiner Oma. Und das ist ein so einmaliges Ereignis. Ich glaube, das kann man Ihnen verzeihen. Klaus Lederer ist 42 Jahre alt. Er ist der rechtspolitische Sprecher unserer Abgeordnetenhausfraktion. Er beschäftigt sich vor allen Dingen seit vielen Jahren mit Rekommunalisierung, mit der Verteidigung öffentlichen Eigentums. Er ist aber auch vor allen Dingen unser Landesvorsitzender in Berlin. Und wenn wir unseren Landesvorsitzenden in den Parteivorstand schicken wollen, in den Parteivorstand, der in die Bundestagswahl gehen wird und in die unsere Partei in die Bundestagswahl führen wird, das heißt das auch, dass wir diese Wahl ausgesprochen ernst nehmen. Und wir wollen euch die Vorlage dafür liefern. Klaus ist unser Spitzenkandidat zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und wir wollen mit einem Sieg diesen Wahlturnus abschließen. Als Vorlage für nächstes Jahr NRW, Schlosswig-Holstein, Saarland und die Bundestagswahl. Deswegen bitte ich euch jetzt um Solidarität mit dem Landesverband Berlin. Schickt Klaus mit einem guten Ergebnis in diesen Parteivorstand. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, für jemand, der seit Monaten, seit Jahren international Kontakte pflegt und vor allem aus einem Bundesland kommt, in dem die Flüchtlingsströme im letzten Jahr als erstes angekommen sind und die Genossinnen und Genossen nicht danach gefragt haben, gibt es dazu Parteitagsbeschlüsse, gibt es dazu Beschlüsse von irgendwelchen Parteiklinien, sondern die zugelangt haben, die geholfen haben in Passau, in München, die gewusst haben, um was es geht, die sich nicht zu schade waren, 24 Stunden am Stück das zu organisieren. Für jemanden, der seit sechs Jahren den Landesverband als Landessprecher mitverantwortet, fällt es sehr, sehr schwer, sich hier jetzt normal vorzustellen und noch einmal eine Vorstellungsrede zu halten für den Parteivorstand. Ich versuche es trotzdem, auch deshalb, weil ich mir die letzten beiden Jahre in diesem Parteivorstand auch etwas vorgekommen bin, wie ein Exot. Als einziger hauptberuflich tätiger Gewerkschaftssekretär unter 44 Parteivorstandsmitgliedern hat man schon eine extravagante Position auch zu verteidigen gehabt. Ich habe schon gesagt, dazu sechs Jahre Landessprecher und davor sechs Jahre Kreisvorstandsvorsitzender spricht dafür, dass ich weiß, was die Basis, was die Mitglieder vor Ort, wo der Schuh drückt und was sie brauchen. Ich möchte nicht darüber reden, was wir alles tun müssen, sondern vielmehr darüber reden, was wir tun, was wir aktuell imstande sind zu bearbeiten. Wir befinden uns in Bayern, auch im personellen Umbruch. Wir befinden uns am Beginn von fünf Jahren Wahlkampf. Jedes Jahr eine andere Wahl. Organisatorisch geht das natürlich nur mit Unterstützung der gesamten Partei. Und deshalb möchte ich die heutige Gelegenheit nutzen und mich bedanken bei allen Landesverbänden, die auch in den letzten Jahren nicht nur finanziell verzichtet haben, um uns Bayern organisatorisch auf die Füße zu helfen. Ich hoffe, das gelingt und ich bedanke mich recht herzlich dafür. Inhaltlich haben wir es natürlich mit all den Themen zu tun, die gestern und heute hier schon irgendwo angesprochen wurden. Aber immer mit einem bayerischen Slang dazu. Kampf gegen die Freihandelsabkommen bedeutet bei uns, Volksbegehren gegen CETA beginnt bei uns am 16. Juli mit Unterschriftensammlungen. Es wäre doch gelacht, wenn es die Bayern nicht schaffen würden, im Bundesrat die notwendigen Stimmen zusammenzubringen, in denen Bayern sich enthält oder dagegen stimmt. Das wollen wir versuchen und CETA damit zu Fall zu bringen. Nur als ein kleines Beispiel. Und was brauche ich dazu? Ich möchte das im Parteivorstand mit initiieren und mit umsetzen. Ich brauche dazu eine Stimme. Und darum brauche ich. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, kurz zu mir, zu den kurzen Rahmdaten, was mich angeht. 25 Jahre jung, seit 2008 Mitglied der Partei. Seit 2014 Mitglied der Thüringer Landtagsfraktion, dort wissenschaftspolitischer Sprecher. Und auch seit 2014 einer der Sprecher in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wissenschaftspolitik. Und nebenbei im Ehrenamt noch seit 2011 Mitglied und Beisitzer im Flüchtlingsrat Thüringen. In Erfurt betreibe ich zusammen mit Susanne Hennig-Welzer das offene Jugendbüro und Wahlkreisbüro Red Rocks. Da komme ich gleich nochmal dazu. Das, was mich dazu bewegt hat, für den Bundesvorstand heute hier zu kandidieren, ist im Wesentlichen erstmal mein thematisches Profil. Das ist ganz klar die Wissenschaftspolitik. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen angucken, dann haben wir gesehen, dass wir in den alten Bundesländern vor allem in der Altersgruppe 18 bis 25 Wählerinnen und Wähler gewinnen konnten. Aber gleichzeitig in den alten Bundesländern eben genau dort einen Verlust haben. Und wenn ich mir angucke, dass wir 2,8 Millionen Studierende, 700.000 Beschäftigte, viele davon prekär beschäftigt, an den Hochschulen haben, ist es eine nicht zu vernachlässigende Gruppe, die wir auch aktiv einbinden, bereits in Thüringen, auch in anderen Bundesländern und weiter einbinden müssen, für die gemeinsamen politischen Kämpfe gegen prekäre Beschäftigung und dort auch Kämpfe mit anderen Bereichen, wo Leute prekär beschäftigt sind, verbinden müssen. Und da bin ich bei einem zweiten Punkt, der mich dazu bewogen hat, heute hier zu kandidieren. Das ist nämlich die Frage, wie machen wir das? Und ich glaube ja, die Kampagne, das muss drin sein, war ein guter Ansatz. Hier eine Kampagne zu entwickeln, die sich bis zum Bundestagswahlkampf zuspitzt. Aber wir müssen auch ganz selbstkritisch hinterfragen, haben wir es geschafft, wirklich die Partei in der Breite zu aktivieren? Ja, viele Genossinnen und Genossen haben sich auf lokaler Ebene dafür eingesetzt, diese Kampagne zu unterstützen. Aber ich glaube, wir müssen Instrumente entwickeln, solche Ideen und Kampagnen tatsächlich partizipativ und von unten, von Anfang an gemeinsam zu entwickeln, um die Mitglieder und Sympathisantinnen alle mitzunehmen und dann auch wirklich schlagkräftig eine Kampagne auch mit Blick auf die Bundestagswahl führen zu können. Und da bin ich beim letzten Punkt, der mich dazu bewogen hat. Das ist nochmal die Frage des Gebrauchswerts der Partei, auch mit Blick auf die Ergebnisse der Landtagswahl, warum sich Leute von uns abgewendet haben. Wir müssen nämlich auch gucken, dass wir die Ressourcen, die wir haben, sei es in Opposition oder Regierung, dafür nutzen, eben die Strukturen, die wir bereits überall im Kleinen und im Großen seit Jahren unterstützen, weiter mit einbinden, sei es im antifaschistischen, antirassistischen, feministischen, queeren Kämpfen und schauen, dass wir dann tatsächlich gucken, Räume zum einen weiter zu erhalten und weiter zu öffnen. Denn nur so schaffen wir es, gesellschaftliche Mehrheiten tatsächlich zu gewinnen, die dann auch einen gesellschaftlichen Rückhalt für unsere Projekte, sei es in Opposition oder Regierung, bilden. Und da noch ein letzter Punkt. Ich finde, wir sollten uns nicht kleiner machen. Wir sollten nicht immer nur davon reden, was wir machen müssen. Ja, wir müssen noch eine ganze Menge, aber wir machen noch eine ganze Menge. Das machen all die Ehrenamtlichen an der Basis. Und die gilt es jetzt mitzunehmen. Das ist auch mein Ansinn, zu gucken, wie wir diese Strukturen stützen und fördern können und weiter mit in den Kampf auch für die Bundestagswahl mit einbinden. Und deswegen, lasst uns nicht kleiner machen, als wir sind. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätten wir gestern Vormittag die Weltrevolution ausgerufen und sie heute Nachmittag mit dem Singen der Internationale siegreich beendet. Und ab morgen würde überall auf der Welt Frieden sein. Denn Gerechtigkeit würde obwalten. Jeder hätte zu essen, zu trinken, zu kleiden und eine Wohnung. Und alle Menschen wären sicher und bräuchten nicht zu fliehen. Aus irgendeinem Grund haben wir es gestern nicht gemacht. Kann sein, dass wir vergessen haben. Kann aber auch sein, dass es ein Ausdruck von Realitätssinn ist. Aber selbst wenn es so gekommen wäre, hätten ab morgen immer noch jede Menge Leute Nachteile, die sie selbst nicht ausgleichen können. Dann wären immer noch Barrieren in den Köpfen, Barrieren in der Kommunikation und Barrieren auf den Straßen und in den Häusern, die nicht überwunden werden können von Menschen, die blind sind, von Menschen, die gehörlos sind, von Menschen, die nicht laufen können. Und das zu beseitigen, wird noch eine lange und schwierige Aufgabe sein. Wir haben das selbst in der eigenen Partei noch nicht immer geschafft und nicht überall, dass unsere Büros barrierefrei sind, dass wir in einer Sprache sprechen, die die Menschen verstehen und dass wir auch so miteinander umgehen, dass jemand, der etwas langsamer ist, trotzdem mitkommt. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist es nicht unwichtig, ob in unserem Parteiverstand und sichtbar in unseren Publikationen und unseren Austritten auch Menschen unterwegs sind, denen man ansieht, dass sie es ein kleines bisschen schwerer haben und die ihre Nachteile nicht als persönliches Schicksal hinnehmen müssen, sondern als gesellschaftliche Aufgabe ausgeglichen bekommen müssen. Das ist die Aufgabe, die politisch vor uns steht. Und ich bitte euch, mich in den Parteiverstand zu delegieren, damit wir dieser Aufgabe immer näher kommen. Und wenn die Weltordnung gesiegt hat, sind wir auch ein bisschen barrierefreier. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, es ist ein bisschen schwierig, eine Rede vorzubereiten, wenn die Tickermeldungen sich überschlagen, dass erneut 700 tote Migranten in Schiffswrack vermutet werden. Und wir wissen, dass wir viele, viele Spezialisten haben, Drogenpolitik, Kulturpolitik, Umweltpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Gewerkschaftspolitik. Bei diesem Thema sind wir alle gefragt, ob im Vorstand oder in anderen Gremien bei diesem Vorstand, bei diesem Problem müssen alle anderen Meinungsstreitigkeiten beiseite bleiben. Und da muss auch jeder ein Stück weit von seinen eigenen Spezialthemen abrücken und hier mehr Kraft und mehr Zeit investieren. Da müssen wir alle besser und noch stärker werden, denn sowas muss aufhören. Ich bin aber... Ja, damit die Minute musste ich einfach opfern, weil das hat mich wirklich vorhin auch dann gepackt beim Schreiben. Aber ich habe natürlich auch gestern sehr viel Post bekommen, wann endlich Drogenpolitik hier beim Parteitag Thema wird. Und ich muss da klären, dass das nun mal nicht hier bei jedem Parteitag Thema ist. Aber die Art und Weise, wie ich Politik mache, kann man an dem Beispiel zumindest schon mal erläutern. Weil ihr sollt ja entscheiden, ob ich richtig für diesen Vorstand bin. Und das heißt, man muss wissen, wie ich Politik denke. Und wenn ich mir so ein Thema nehme, dann sage ich, wir haben lange genug in der Drogenpolitik über die Politik der Bundesregierung protestiert. Ich möchte dieses Thema gewinnen, ich möchte dieses Thema verändern. Ich möchte, dass Konsumenten nicht mehr kriminalisiert werden. Und dann mache ich mir Gedanken, wie das funktionieren kann. Und der erste Schritt ist eben, dass ich dazu weiß, ich brauche gute Argumente, um Skeptiker zu überzeugen. Einfache Parolen, verzeiht mir das, wie Recht auf Rausch, helfen nicht, um Skeptiker zu überzeugen. Der zweite Schritt ist natürlich, dass ich natürlich, wenn ich das mit einer Partei mache, auch die Parteibasis mitnehmen muss. Dass ich die Rückenstärkung auch der Mitgliedschaft in unserer Partei brauche. Und dafür habe ich mittlerweile rund seit dem Erfurter Programmparteitag, wo ich auch Gegenwind bekommen habe, natürlich rund 180 Veranstaltungen bundesweit in allen Bundesländern gemacht, in den Strukturen unserer Partei. Und ganz nebenbei, dabei lernt man die Partei auch ganz gut kennen. Und der nächste Schritt ist natürlich, ich brauche eine gesellschaftliche Debatte. Wir leben in einer Demokratie. Da kann ich zehnmal davon überzeugt, am Recht zu haben, wenn die Gesellschaft das nicht mitmacht, wird es nicht funktionieren. Und da möchte ich mal daran erinnern, vor fünf Jahren war das Thema medial tot. Dann hieß es nach Erfurt, Die Linke will Heroin und Kokain bei Lidl und Aldi. Mittlerweile gibt es Fernsehsendungen, die nennen sich Drogen kann man nicht erschießen. Und sie gehen genau in unseren Kontext. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, ich brauche Verbündete. Ja, das klingeln, habe ich gehört. Ich brauche Verbündete. Das heißt natürlich, alleine wird es Die Linke nicht schaffen. Ich brauche gesellschaftliche Organisationen, wie die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Aber auch den Bund Deutscher Kriminalbeamten. Aber auch andere Parteien. Und da muss ich sagen, wenn ich mit der SPD rede, dann doch nicht, damit ich mich denen ihrer Meinung anpasse. Es gibt heute in der SPD ein Arbeitspapier, das heißt Regulierung statt Repression. Das ist unser Kontext. Und da muss ich sagen, links wirkt. Und das ist der Stil, wie wir Veränderungen in dieser Gesellschaft herbeiführen wollen. Und das möchte ich eben nicht nur in der Drogenpolitik machen. Ich bin natürlich auch ein ausgewiesener, als Ex-Polizist, ein ausgewiesener Innenpolitiker. Und ich möchte Themen wie Polizei, Kriminalitätsbekämpfung, Terrorismusgefahr nicht der CDU und der SPD überlassen, sondern ich möchte linke Akzente setzen und damit einigen zusammen, auch im Vorstand, Punkte setzen, mit denen wir gemeinsam auch stehen können. Danke. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin zurzeit verkehrs- und energiepolitischer Sprecher in der Abgeordnetenhausfraktion von Berlin und arbeite schwerpunktmäßig für die Rekommunalisierung der Energieversorgung. Und es ist uns gelungen, im letzten Jahr einen gemeinsamen Beschluss von Linke, SPD, Grüne und Piraten für eine hundertprozentige Rekommunalisierung zu erreichen. Und wir kämpfen jetzt in den Abgeordnetenhauswahlen darum, dass dieser Beschluss auch Wirklichkeit wird. Liebe Genossinnen und Genossen, das heißt, wir haben gestern viel über die Eigentumsfrage geredet. In Berlin stellen wir Sie konkret am Punkt der Energieversorgung und wir hoffen auf breite Unterstützung bei den Wahlen im September. Eine zentrale Aufgabe des neuesten Bundesvorstandes wird die Organisierung und Vorbereitung der Bundestagswahlen sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass die politische Agenda, dass die politischen Themen nicht mehr nur von den Rechtspopulisten gesetzt werden, sondern dass wir wieder die Themen von links auf die Agenda setzen und deutlich machen, es gibt Alternativen zum Neoliberalismus und zum Wutgeschrei der Rechtspopulisten. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht einfach. In einer Situation, in der SPD und Grüne sich mit der Rolle als Juniorpartner der CDU abgefunden haben. Aber wir müssen sehen, dass wir einen Aufbruch von links organisieren. Und einen Aufbruch von links organisiert man nicht einfach durch Parteitagsbeschlüsse. Einen Aufbruch von links organisiert man auch nicht dadurch, dass man sich auf Parteitagen bestätigt, dass man die bessere Gesinnung hat und dass man nicht so ist wie die anderen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich würde mir wünschen, dass die Energie, dass die Ausdauer und die Hartnäckigkeit, die wir gestern Abend bewiesen haben bei der Diskussion um Auseinandersetzung, um Formulierungen in Texten, die wahrscheinlich die Großteil unserer Wählerinnen und Wähler nie lesen wird, dass wir diese Energie und Ausdauer im nächsten Jahr auf die Straße und auf die Plätze bringen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, ich finde auch, wir müssen darüber reden, ob wir im nächsten Jahr nicht den Wahlkampf anders führen als bisher. Und zwar nicht nur als reinen Parteiwahlkampf. Das müssen wir machen, das Übliche. Stände, Flyer, Veranstaltungen, Wahlspots, Giveaways, all das muss sein. Aber wir müssen sehen, dass wir ein gesellschaftliches Bündnis organisieren, dass wir das, was das Lager der Solidarität ist, die Hunderttausende, die gegen TTIP organisieren, die gewerkschaftlichen Kämpfe gegen die Präkarisierung, die Friedensaktivistinnen, die für eine Verständigung mit Russland eintreten und gegen die Militarisierung der deutschen Außenpolitik, die Energieaktivisten, die gegen das Abwirken der Energiewende eintreten. All diese teilen doch viele unserer Positionen. Lasst uns darüber reden, wie wir diese in ein außerparlamentarisches Bündnis bringen, in eine Gemeinsamkeit und eine Mobilisierung für einen Politikwechsel. Lass mich doch einen Satz sagen. Einen Politikwechsel erreicht man nicht durch die Addition von Parlamentssitzen, sondern nur durch eine gesellschaftliche Mobilisierung und gesellschaftliche Mehrheiten. Lasst uns beginnen, dafür zu werben, liebe Genossinnen und Genossen, und diese Wahlkampagne so zu organisieren. Ja, hallo, ich bin weder Funktionsträger noch der Partei in den Gremien stärker verbunden, aber einige kennen mich vielleicht doch, weil ich viel über Veranstaltungen unterwegs bin in der Republik, auch in Thüringen, und obwohl ich jetzt etwas Kritisches zu Regierungen sage, möchte ich das jetzt nicht als ein Affront gegen Thüringen verstanden wissen. Aber ich glaube, eine Sache, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, sollten wir uns wirklich zu denken geben. Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Regierungswechsel, noch mal deutlich gezeigt, dass Regierungswechsel keine Garantien für Politikwechsel sind. In Frankreich erleben wir, wie Präsident Hollande neoliberale Politik mit dem Polizeiknüppel durchsetzt und in Griechenland müssen wir sehen, wie die Troika-Politik unter Syriza und gegen den Willen Syrizas weitergeht. Da geht es mir überhaupt nicht darum, Ratschläge zu erteilen, gerade was Griechenland angeht, aber um eine Schlussfolgerung kommen wir, glaube ich, nicht herum. Es gibt keine Veränderung, Harald Wolf hat es, glaube ich, ja gerade ähnlich gemeint und gesagt, es gibt keine Veränderung ohne gesellschaftliche Aufbrüche. Und zwar Aufbrüche, die viele Menschen erfassen und in denen viele selbst aktiv werden. Also gerade wenn wir auch kleine, konkrete Veränderungen durchsetzen wollen, müssen wir das begreifen. Und natürlich kann eine Partei wie die Linke dazu beitragen, dass es in Deutschland, wie gerade in Frankreich, zu einem Aufbruch kommt. Sie könnte dazu beitragen, indem sie dem neoliberalen Mainstream widerspricht, sich Bewegungen und Protesten zur Verfügung stellt, Öffentlichkeit herstellt, die parlamentarischen Ämter für Recherchen nutzt und als Ort der Solidarität und Selbstorganisierung dient. So wie es der Antrag von Solidarität hilft, ja auch vorschlägt. Es stimmt natürlich, dass es einfacher und übersichtlicher wäre, so Politik zu machen, wie alle anderen Parteien auch. Ein Wahlverein mit starken Führern, die im Fernsehen zu einem sprechen und für die die Basis dann am Infotisch Wahlkampf macht. Das Problem ist nur, so lassen sich die Verhältnisse vielleicht besser verwalten, aber eben keine Kräfteverhältnisse verändern. Wenn die Linke was durchsetzen will, dann muss sie auf den gesellschaftlichen Aufbruch hinarbeiten. Dazu muss sie konfliktbereiter werden, manchmal auch, manchmal selbst dann, wenn es Wählerstimmen kostet. Und sie muss das Projekt der verbindenden Partei ernst nehmen. Nicht in erster Linie der Logik der Institution folgen, sondern der Logik von Bewegung, Kämpfen und Selbstorganisierung. Also unabhängig davon, wer heute gewählt wird, ist das die Herausforderung. Im Neoliberalismus der Gegenwart gibt es offensichtlich keine Machtoption für linken Reformismus mehr. Jeden Spielraum müssen wir uns neu erobern. Aus der Gesellschaft raus und nicht in erster Linie als Mandatsträger. Vielen Dank. Vielen Dank.